So, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Walking Dead in der zweiten Staffel. Ja, das tut mir leid, dass die letzten beiden Aufnahmen nicht so grandios geworden sind. War ein bisschen scheiße schneidend, wenn immer Videosequenzen dabei sind. Und du kannst ja nicht in den Cutscenes da irgendwie jetzt anfangen, dann der Aufnahme zu zerbrechen. Und dann musst du doch wieder zusammenpacken. Und hätte ich das jetzt beide zusammengefügt, die vorletzte Folge und die letzte Folge, dann wäre es wieder eine gigantisch lange Folge geworden. Und das wollte ich nun auch nicht. So, Alvin Ente Schippmanns haben zu mir gesagt, ich soll das Haus abchecken. Dann machen wir das doch direkt mal. So, da ist der Affen-Luke. Eigentlich bei den Namen tut mir das echt leid, dass er echt so ein Affe ist. Luke, hallo? Das ist ein Heldenname. Ja, tatsächlich. Lebensmittel ohne Ende. Das Messer. Soll ich das mitnehmen? Ich lasse es. Nein, nein, lass mal lieber den. Und dann müssen wir doch das Messer mitnehmen. Und das müssen wir doch das mitnehmen. Da mache ich manchmal eine Aussprachung, das ist echt ein Wahnsinn. Eine Aussprachung allein schon. So. Ja, und damit solltest du eigentlich jetzt die Kiste aufmachen. So war eigentlich der Plan, genau. Und dann legen wir das Messer wieder sauber weg. Ach, jetzt kommen wir doch gucken. Ja, das wurde gar nicht hier, gar nicht so. Ich weiß nicht, warum es nicht so ist. Ich will nicht darüber sprechen. Piches. Das ist lustig. Sie sieht genau wie du. Hey, Clem. Hier gibt es nicht viel Essen. Und Rebecca. Well, sie ist auch für zwei. Du denkst, wir können das nur zwischen uns halten? Ich liebe es auch nicht, aber... Und ich würde nie gegen die Gruppe gehen. Aber ich muss Becca und das Baby erst stellen. Bla, bla. Und der guckt dir mal deine Wanne an, mein Freund. Du siehst auch nicht aus, als würdest du Hunger leiden. Was ist das denn? Das lag bestimmt nicht an den Schüssen auf der Brücke. Was ist das? Wir müssen uns aufhören. Aufhören? Wir sind auf der Straße fünf Tage. Meine Brücke ist fertig. Ich bin aufhören. Es sieht nicht aus, wie es jemand ist. Damn. Jetzt aufhören. Ich schaue nach vorne. Ich gehe mit dir. Vielen Dank. Ja, genau. Auch wenn ich aus 20 Meter Entfernung runterknallert. Oder aus 20 Meter Höhe. Glück, Mann. Was ist da unten schon? Oh, 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 you're fine. You're fine. Just look at me, okay? You're fine. All right, just, just slow down. Just for a second, okay? You just told me not to look. Good point. Wow, Taschenlampen. Bakın, bir şey gördüm. Bu ne? Bir light, bekleyin, başka bir şey var. Luke! Luke! Bir şey var mı? Bir şey var mı? Wie ist das möglich? Ja liebe Leute, egal was vorher gewesen ist, Entscheidungen aus dem Kopf eines Kindes, nicht aus meiner kleinen Entscheidung aus, weil Kenny war immer gut so. Das ist auch ein Problem. Ich bin sicher, dass du da nicht? Es wird bald bald sein. Bitte, komm in. Was ist lustig? Oh, nichts, Walt. Walter hier ist ein smart-sum-bisch. Er macht einen kranischen Barsch, auch. Well, warum nicht ihr zwei catch-up während ich ein Essen beginne? Bitte, mach euch zu Hause. Ihr könnt ihr alles über da. Die hell, wir werden. Ja, ich stehe auf meine Riefel. Danke. Ihr seid unsere Gast, hier. Es gibt keine Chance. Tell ihn, wenn er seine Brüche ist, dann. Kenny? Will you vouch for these people, Clamp? Wenn du mir sagst, dass sie gut sind, dann bin ich. Wir. Du bist derjenst eine Brüche, Mann. Sie sind cool. Dad, schau mal! Ein Weihnachtsmuskuchen! Oh, nein, Sarah. Ist das nicht großartig? Wir haben alles in der Verkaufung gefunden. Es ist unglaublich. Gut, wenn ihr alle folgen, Ich zeige euch, wo ihr könnt. Ich zeige euch, wo ihr seid? Siehst du, ich habe einen Lieblings-Lei gesehen? Ich habe einen Lieblings-Lei gesehen. Ich habe einen Lieblings-Lei gesehen. Sie waren wie zwei P's in einem Pfad. Oh, verdammt! Ich habe keine... Es ist einfach schwer, nicht zu denken. Er hat mich geholfen. Ich wusste es. Ich wusste, dass er es wäre. Der Mann hatte ein Feuer in ihm. Ich bin sicher. Hell. Er war ein Mann. Wenn mein Sohn... Er hat mir die richtige Sache gemacht. Ich werde das nie vergessen. Ich werde das nie vergessen. Also, wo warst du? Ich war mit Christa und Omid. Omid? Ja... Krista und ich waren zusammen. Aber diese Leute haben uns geholfen. Sie ist weg. Sie ist weg. Das ist weg. Ich bin zufrieden, Darlene. Ich wünsche mir, dass ich dich mehr finden hätte. Krista sagte mir, dass du tot bist. Ich bin. Das ist alles für die Dron. Ich bin. Entschuldigung. Es ist ein Schuss. Ich bin ein Schuss. Dann wurde es in eine Schuss. Es wurde ein Schuss. Ich konnte die Kindheit nicht helfen, aber ich kam. Ich bin ein Schuss. Lange, ich bin ein Schuss. Ein Schuss. Ich bin ein Schuss. Ich habe eine lange Zeit alleine nach dem. Es ist... Und dann habe ich Sarita mitgekriegt. Es ist toll, dass du wiederkommen bist. Du auch? Clem? Das ist meine Frau, Sarita. Sie ist nicht schön. Schön, dass du dich kennst. Hey, Walt. Wo ist Matthew? Du bist da? Natürlich ist er. Na ja. Na ja. Na ja. Ich beginne. Carlos, oder? Kannst du, wenn ich deine Tochter für eine schreckliche Mission stehe? Bleib in der Zeit, Frau. Können wir nichts, um dir zu helfen? Wir können eine Hand außerhalb nutzen. Wir haben viele Suppe, bevor der Sturm erläutert. Ach, vielleicht hat Kenny sich ja doch ein bisschen geändert. Clem, warum kannst du nicht Walt mit dem Essen helfen? Das sind Bohnen. Er kocht Bohnen. Das sind Bohnen. Er kocht Bohnen. Wir haben nur so viel über Liebe. Das wüsste ich gerne mal, weil die dritte Staffel habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Es ist nicht einfach. Ich kann mich nicht einfach nur so viel überhören. Es ist hart genug wie ein Kind. Es ist so schwer. Es sieht so aus wie viel. Nein, es sieht so aus. Hm, hm, hm. Als Artistin ist es nichts, das ich weniger mag, als ein freundlicher Kritiker. Hm. Streichende Beziehung. Anyway, ich nehme es von hier. Ein freundliches Lied noch mal trellern. Das ist auch was Schönes. So, dann lass uns doch mal ein bisschen umsehen. Was haben wir für eine CD? Ach, nö. War zwar ein tolles Jahr, 1998, aber... Ach, komm schon, warum nicht? Ein bisschen Musik frisch, das alles mal schön auf hier. Was soll es sein? Ah, das könnte so eine Spieluhr sein hier. Clementine aufgezogen mit dieser Musik. Okay. So, ähm... Licht nur noch mal schnell und energisch, so. Da lag noch was auf dem Tisch, was ich abchecken wollte. Ey, das ist doch keine Musik aus... 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 1998, Alter. Das ist... Das ist Musik von Silent Hill. Wirklich, die Spieluhrmusik von Silent Hill 2. Oh, was ist das denn? Well, it's about the King, that brings food to a poor man. Und das ist mir der Denk drauf, der der auch für eine verrottende Stadt drauf sein könnte. Ich bin... Und das ist... Ahem... After a long time, it gets so cold, that the seven can't go on. But the King tells the seven to just step in his tracks. Mark, my... Da ist denn heute schon Weihnachten? Du siehst... Du siehst... Ist das eine Mexikanerin? War nicht so... War Kenny kein AfD-Wähler? Meine Familie hat nicht Weihnachten gefeiert, aber ich liebe die Dekorationen. Das ist verrückt. Warum würden sie uns so weit folgen? Wir können sicher sein. Es ist eine Woche, Mann. Wir müssen aus den Wald gehen. Wir können sicher sein. Sie könnten uns bemerken. Bemerken? Was denkst du, sie sind? Ninjas? Clem, Luke sagte du sahen Menschen in der Valle. Menschen? Way da da? Wie? Sie hat die Binnen, Genius. Ich sah die Licht. Wie geht sie? Nach in die woods. Wir können keine Chance. Wir bleiben am dawn. Aber wir sind hier für heute, nicht? Clementine, du sprachst mit dem Mann, Walter, was er sagt? Du sprachst mit ihm nichts über uns, haben wir? Wir müssen uns bemerken. Sie könnten etwas zu sein. Er sagt jemand anderes. Wer? Wer? His Freund. His Name ist Matthew. Look, ich weiß nicht, was dieser Mann sagt. Wir stehen hier heute. Just spreche mit den resten. Sie glauben. Mal sehen, was du findest. Ich gehe nach Luke. Lieber, ich fühle mich nicht so gut. Beck, was ist falsch? Ich brauche etwas zu trinken. Du hast es. Ich bin gleich zurück. Ich mag dich nicht, ne? Du bist eine alte Hexe, auch wenn du schwanger bist. Du bist okay? Ich habe nur ein bisschen gebeten. Ich kann mich selbst selbst nicht bemerken. Wie soll ich eine Kind? Ich meine, ich meine, wie kann jetzt jemanden? Das wird nicht einfach sein. Ich weiß, dass es schwer wird, aber ich fühle mich schon ein bisschen weniger schuldig. Weil ich weiß, dass egal was passiert, ich werde jemanden treffen. Sie ist kicken. Willst du hören? Das Essen schmeckt gut, oder? Kann ich? Sie werden sein. Das ist nicht sein. Wie wissen Sie? Ich weiß nur, wir haben so lange versucht, und dann... Wenn Alvin herauskommt, wird er mich tönt. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich kann nicht glauben, dass ich eine kleine Mädchen zu fragen habe. Aber ich glaube, dass nichts anders ist. Er wird nicht tönt. Da ist mein Mann. Du bist gut, Baby? Ich bin gut, du big Dope. Ich muss nur etwas Essen in dir nehmen. Danke, dass ihr mit ihr seid. Kannst du fragen, den Walter, wenn wir essen? Ich liebe dich, schade Bear. Ich hasse es, wenn du mich so nennen willst. Ich weiß, aber ich meine es. Ich liebe dich auch. Du hast jetzt ein bisschen Rest. Ich weiß nicht. Wir haben ja auch immer eine Tannenbaumspitze, aber bestimmt keine Kugel. Aber wir haben hier so einen Stern. Klar kann ein Engel sehr schön aussehen, aber ich nehme einen Stern. Das sind unsere Traditionen bei uns zu Hause. Das ist schön, ich glaube. Schön. Ich liebe diese Zeit. Du weißt, jetzt, dass deine Freunde hier sind, dieser Ort beginnt zu fühlen, wie ein echtes Haus. Matthew und Walter sind fantastische Leute. Es ist gefährlich, diese Art zu sein. Aber sie können es nicht helfen. Du weißt, wenn du mit Matthew möchtest. Er ist ein echtes Charakter. Der erste Mal er hat mich, er hat mich gegründet. Wie sieht Matthew aus? Oh, er ist ein ganz schönes Mann. Ein bisschen kleiner als Walter. Er sollte bald wieder zurück. Clem, ich wollte dich fragen, Ich will dich fragen, ob Kenny anders zu dir ist. Ich habe ihn nicht vorher kennengelernt. Und, naja, ich bin interessiert. Er ist anders, als ich mich erinnere. In welchem Weg? Ich bin nicht sicher. Okay, er ist doch der Alter. Er muss immer spielen. Aber ich werde dir sagen, als ich ihn kennengelernt habe, er konnte nicht auf die Flie. Ja, alle, dinner ist gefeiert. Komm, wir essen. Das, als ich device erinnere, die Fliektur in den Bänden haben berührt. Entschuldigung. Are you okay, man? Ja, ich... Ich wünsche ihm den Angriff. Ich versuche es nicht zu vergessen. Hier, Clem! Oh Mann. Die Zeit und Drogen. Hier geht's, Clem. So Clem, wir haben gerade gesprochen. Was ist das Problem mit dem Kind? Und was ist der Name? Luke? Er ist in charge? Du glaubst ihm? Kenny, bitte. Sarita, wir wissen nicht diese Leute. Sie sind nett. Ja, Gators sind nett. Genau, Nicky ist da. Kenny! Ich mag ihn. Er ist ein guter Mann. Der Idiot, genau. Würdest du ihm mit deinem Leben vertrauen? Ich denke so. Der Mann, Big Al? Er sagte, sie waren auf der Runde. Einige Leute sind nach ihnen. Du musst nicht mehr über das Gedanken über das. Sie gehen morgen, und du kannst hier bleiben. Absolut. Honey, du bleiben mit uns so lange wie du willst. Sie bleiben für gut. Wenn das was sie will, dann kann ich meine Freunde weg. Was? Natürlich kannst du nicht. Sie können auch bleiben. Nein. Honey? Hey. Hey. Hope you like the food. Oh. It's... It's great. Thank you. Peaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out though, I'd tell ya. Hehehehehehehehehehe. Hehehehehehe. Hehehehe. So, it's Luke and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land. And cold ass winter, so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, clown? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Huh, excuse me? Luke, listen to him. I have been, but... Kenny's my friend. Gentlemen, please. There's no need for this. Now look. We've all had a long day. Please eat. Then come back. Pass me that can, duck! Duck? Who's duck? Leave him alone, Luke. Hey Clementine, would you lend me a hand outside for a moment? Ja, ja. So ein altes Ich kommt wieder hoch. Sie sagen, der Welt ist vorbei, aber ich erzähle dir ein secret, es ist nicht. Die Leute sind jetzt mehr politiker als sie früher waren. In der Ende, wir können nicht verändern. All wir können machen ist, weiter zu lernen von uns. Wir empatieren und nutzen unsere Hände. All war ist ein Symptom der Menschlichkeit als ein denken-animal. Steinbeck. Hast du ihn? Wir haben viel Zeit, um dich aufzunehmen. Mein Partner, Matthew, ist amassing ziemlich die Literatur collection. Ich denke, du magst ihn. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht nicht. What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? You can talk to me, Clem. There's almost nothing you can tell me that would surprise me. I can promise you that. I'm just worried about the people chasing us. You're safe now. Don't worry. Matthew will be back soon. And everything will be fine. Hey kids! What are you two talking about? I don't think that he will come. Oh, politics? The hell? Being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with that shit no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Miss? Hello, Bonnie. 400 days. 400 days. 400 days. 400 days. I saw the house. I have a family. We're starving. We live down there. Of course. Why don't you come in, Miss? Bonnie. Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? It's too dangerous. We can't let her in. Thank you. Really, but that storm will be on us soon, and I gotta get back to my family. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, no. It's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. Soon at the vault. Where's the vault, no? How old are you, sweetie? Oh, 11 is it already. Nothing to say is also good. My god. I always have problems with this recording button here in this game. Here you are, Miss. This is too much. Don't mention. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Go inside and get to bed. Walton and I have to talk for a second. Clementine. Don't freak out. Listen. Okay. I gotta tell you something. That guy on the bridge was Walter's friend. Uh-oh. See, I knew something was off, so I asked Sarita about their friend. I know he was. For sure. Damn it. Damn it, Nick. I don't think Walter knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. What if he finds out anyway? Well, then we're fucked. But, you know, we'll just, we'll just deal with it then. Now, do you, uh, you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's gonna put two and two together. It's with the other weapons. Okay. Well, go get rid of it. I'll find Walter and run interference. Oh, and, uh, keep an eye out from Nick. I'm right here. What's up? Oh, uh, there's nothing, man. I just wanted to check and see if you're okay. We have to tell you something. Hey, if there's something going on, I wanna know. No, just go back to bed, Nick. Da, du Arschloch, hast du gut gemacht. Gut hingekriegt. Oh, Jesus. Oh, God. God damn it. Hey, Nick, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it. It's over. I have to tell him, Luke. What? No, UK. Nick, you cannot do that. Are you fucking nuts? I got it. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but fuck. I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You should tell him. Yeah. Yeah. Nick, I'm warning you. This is fucking suicide. I'll live with it. Jesus Christ. Jesus. I can't handle this. Look, Clem, just go do that thing. All right. Mein Gott. Ja, wie schon gesagt, ich höre meine eigene Stimme nicht. Also, ich höre mich selbst nicht reden. Ja. Das Messer ist weg. Ja. Es ist weg. Guck, guck. Wer hat denn das Messer jetzt? MW stand drauf, ne? Matthew Walter vielleicht? Oh, 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 oh. Ach, scheiße.